Ich möchte mein Postfach so freigeben können, dass jemand anderes sich das einbinden kann. Hallo und willkommen zu diesem Outlook 2013 Tutorial. Ich habe ja in meinem Postfach nicht nur den Posteingang und die Unterordner des Posteingangs gesendete Objekte. Ich habe in meinem Postfach auch meine ganzen Kalender. Ich habe dort ein Journal, ich habe Notizen, Kontakte und so weiter. Und die möchte ich jemandem anderen gezielt freigeben können. Dafür muss ich mein Postfach auswählen, ob jetzt hier in der Ordnerliste oder ich klicke auf E-Mail und dort auf mein Postfach. Dort kann man nämlich gezielt sagen, ja, jemand darf mein Postfach bei sich einbinden und dann gezielt Ordner sichtbar machen, Ordner sehen, die ich hier gezielt freigebe. Und zwar klicke ich hier mit rechts drauf und hier gibt es die Ordnerberechtigungen. Die Ordnerberechtigungen. Ich finde die aber auch, wenn ich auf Ordner klicke, ganz rechts in der Gruppe Eigenschaften. Hier steht auch Ordnerberechtigungen. Ich klicke mal drauf. So und hier sehe ich, wer außer mir standardmäßig etwas mit meinem Postfach machen darf. Niemand. Und da gebe ich jetzt mal jemanden aus der Firma hier hinzu, klicke auf hinzufügen und wähle mal den Account Training 1, klicke auf hinzufügen. Und diese Person darf jetzt so viel wie Standard, nämlich auch nichts. Nein, ich möchte, dass Person Training 01 mit der Berechtigungsstufe Prüfer mein Postfach betreten darf. Das heißt, das wäre so wie in meinem Haus. Ich gebe hier mal einen Wohnungsschlüssel, aber alle Türen sind verschlossen. Der darf in die Wohnung rein, ins Haus rein, aber darf noch nicht besonders viel. Darf sich die Bilder angucken, mehr nicht. Der darf lesen, nichts löschen, nichts ändern, nichts anfassen, Ordner sehen, ja, aber nichts machen. Gucken. Ich klicke auf OK. Jetzt gebe ich gezielt noch meinen Posteingang frei, weil ich möchte, dass diese Person in meinem Posteingang arbeiten darf. Klicke mal mit rechts auf den Posteingang. Auch hier steht Eigenschaften oder auch hier, wenn ich auf dem Posteingang stehe, auch hier gibt es die Ordnerberechtigungen. Und das sind die Berechtigungen gezielt für den Posteingang. Was nutzt es jemand, wenn er in mein Haus kommt und nichts machen darf? So, jetzt klicke ich auf den Posteingang, wähle ebenfalls Person Training 1, mit einem Doppelklick vielleicht, klicke auf OK und gebe mal die Stufe Bearbeiter. Bearbeiter heißt, darf löschen, ändern, verschieben, selber Mails schreiben. Da steht dann aber, Training 1 hat im Namen von Theos geschrieben. Und darf Elemente erstellen, ist Besitzer des Ordners. Aha, je höher die Berechtigungsstufe ist, umso mehr darf die Person. Besitzer ist so viel wie ich. Nein, Bearbeiter. Ich klicke auf OK. Das heißt aber, dass Ordner, die es schon gibt, hier ist eine private Mail, dass Ordner, die es schon hier gibt, nicht automatisch berechtigt sind. Hier fehlt die Berechtigungsstufe für Training 01. Ja, also vergebe ich die Berechtigungen, sind alle Ordner, die sich in der Liste darunter befinden, nicht automatisch auch auf der gleichen Berechtigungsstufe. Ja, jetzt erzeuge ich aber mal einen neuen Ordner. Klicke oben im Register Ordner auf Neuer Ordner und nenne es mal Projekt YouTube. So, was hat der denn für Berechtigungen? Da es diesen Ordner schon mit Berechtigungen gab, Posteingang, und ich da einen Unterordner reinpacke, erbt dieser Ordner, rechte Maustaste, Eigenschaften, Berechtigungen, erbt der dieselben Berechtigungen, dieselben, wie der Ordner da drüber. Ja, also da muss man aufpassen, dass man nicht versehentlich Ordner erzeugt, die geheim halten möchte und dann jemand da später reingucken darf. So, und jetzt gehe ich noch mal kurz auf den Kalender. Guck mal, im Kalender auch den Kalender, rechte Maustaste, auch den freigeben, steht ja da schon, Kalenderberechtigungen. Auch den möchte ich, ja, da soll der Kollege nicht nur gucken dürfen, auch den möchte ich mit hinzufügen, für Training 01 freigeben. und nicht nur sehen, ob ich gebucht, also blaue Farbe oder lila bin, sondern wirklich, der andere soll wirklich die Termine sehen können. Und da klicke ich mal auf OK. Und das sind jetzt ein paar Berechtigungen, die ich gesetzt habe. Wichtig, das Haus ist freigegeben, das Postfach. Ich habe diverse Ordner freigegeben und auch Kalender. Und jetzt in Teil 2, im nachfolgenden Video, werde ich zeigen, wie man sich so ein freigegebenes Postfach einbinden kann.